Hier komm. Boah, ich kann die perfekt so von Weg vielleicht runterkicken. Oh Gott, ich bin zurückgebacken worden. Das ist mein Riesdesglück. Ich glaube, der ist tot. Wo ist der hin? Er hat eine Enderpette geschmissen, oder? Ja, 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 ja. Nee, er ist tot. Aber der hat die Enderpette geschmissen. Ich habe gehört, der ist aber abgeprallt. Der ist irgendwo hier. Ja, wahrscheinlich unten drunter oder so. Oh Gott, ich habe ihn gekillt. Ja, ich bin da. Ich habe ihn gekillt. Er hat mich geschlagen. Der ist nicht tot. Doch, der ist runter. Lol! Durch das TNT, der ist mega hochgeflogen. Oh mein Gott, ich... warte mal, ich schreibe mal eben bei diesen. Ich habe gar nicht gewusst, dass du da bist. Ich dachte, er ist der Team. Ich habe auch nicht. Ich habe nur die Räuche gehört. Ich habe da hinten hingeguckt, weil die... Oh Gott. Das Team ist halt da. Er hat mich geschlagen und dann ist das TNT genau auf ihn draufgegangen, weil ich dann in die Richtung geguckt habe. Was ist das? Ich habe das. Das haben die Fliege. Ich habe das. Ja, ich habe das. Warte. Warte.